Mittlerweile haben wir uns bereits ziemlich viele Phänomene im Serienkiller-Bereich angeschaut. Wir hatten männliche Täter, weibliche Mörder und Serienmörder, die in Gruppen agieren. Sicherlich gibt es dennoch noch ganz viele andere zu betrachten, beispielsweise Pärchen, die gemeinsam morden. Dennoch möchte ich heute zunächst zu einem recht klassischen Täter zurückkommen, der für unsere Breitengrade dennoch interessant sein dürfte, denn es ist erneut ein deutscher Täter. Die Rede ist von Jürgen Bartsch, der es als der Kirmesmörder zu trauriger Berühmtheit schaffte. Die Besonderheit in diesem Fall nehme ich jedoch vielleicht auch als eine Art Trägerwarnung direkt vorweg. Denn Jürgen Bartsch hatte es nicht wie beispielsweise Fritz Honka auf Frauen abgesehen. Nein, Jürgen Bartsch, das lässt auch seinen Beititel Kirmesmörder vermuten, hatte es auf jüngere Opfer abgesehen. Er war pädosexuell, verschaffte sich also Befriedigung, wenn er es auf noch sehr junge Kinder, insbesondere Jungs, abgesehen hatte. Doch damit genug vorweggenommen. Wir beginnen mit seiner Geschichte, wie immer so gut es geht, von vorn. Denn Jürgen Bartsch hieß eigentlich gar nicht Jürgen Bartsch. Stattdessen kam er als Karl-Heinz Sadruzinski am 6. November 1946 als uneheliches Kind in Essen zur Welt. Nur wenige Monate nach seiner Geburt verstarb seine Mutter an Tuberkulose. Bereits vorher hatte sie schon einige Zeit unter dieser Erkrankung gelitten. Daher verbrachte der schwächliche Säugling ganze elf Monate nach seiner Geburt im Krankenhaus in Obhut der Schwestern. Nach elf Monaten wurde er aber endlich von Gertrud und Gerhard Bartsch, Inhaber einer örtlichen Fleischerei, adoptiert, die keine eigenen Kinder bekommen konnten. Fortan hieß der junge Jürgen Bartsch. Das Jugendamt hatte bezüglich einer Adoption zunächst Bedenken, sodass die Adoption erst sieben Jahre später, also 1954, erfolgte. Zu den Adoptiveltern schien Jürgen Bartsch keinen allzu guten Kontakt gehabt zu haben. Zumindest sagte er zu einem späteren Zeitpunkt, dass er als Kind zu wenig Nähe und Zuneigung bekam. Stattdessen hatte seine Adoptivmutter einen Sauberkeitszwang, unter dem Jürgen sehr gelitten hat. Sie hatte ihm verboten, sich schmutzig zu machen oder mit anderen Kindern zu spielen. Zwänge, die er dadurch mit auf den Weg bekam, begleiteten ihn noch lange. So soll er selbst noch mit 19 Jahren von seiner Adoptivmutter in der Badewanne gewaschen worden sein. Sein Adoptivvater hingegen wollte ihn zu einem richtigen Mann erziehen. Bis zu seiner Einschulung im sechsten Lebensjahr wurde er von den Adoptiveltern völlig isoliert in einem Kellerraum mit vergitterten Fenstern gehalten, da die Eltern Angst hatten, dass Jürgen erfahren würde, dass sie nicht seine leiblichen Eltern sind. Doch auch in der Schule fand er keine Freunde und wurde zum gehänselten Außenseiter. Als Jürgen zehn Jahre alt war, wurde er zunächst in ein Heim und wenig später in ein katholisches Internat gegeben, in dem es streng zuging. Dort erfuhr Jürgen zufällig, dass er adoptiert war. Weiterhin entdeckte er in diesen Jahren im Internat, dass er sich sexuell zu anderen Jungs hingezogen fühlt. Eine Sexualität, die er selbst als abartig empfand und mit der er klarzukommen versuchte. Die Zeit im Internat hatte Jürgen Bartsch in keiner guten Erinnerung. Er schien unter den dortigen Bedingungen sehr gelitten zu haben. Später behauptete er sogar, dort von einem Erzieher sexuelles Brauchtworn zu sein, als er fiebrig im Bett lag. Durch einen Tobsuchtsanfall einem Mitschüler gegenüber wurde er schließlich dem Internat verwiesen. Seine Eltern zwangen ihn daraufhin, eine Lehre im eigenen Metzgereibetrieb zu machen obwohl Jürgen sich vor dem vielen Blut ekelte und er Mitleid mit den getöteten Tieren hatte. In dieser Zeit, als er eh mit sich und der Welt unzufrieden war, entdeckte Jürgen Bartsch bei einem Waldspaziergang einen alten verlassenen Luftschutzbunker, der fortan sein Rückzugsort war. Ein Ort der Stille, wo ihm niemand etwas befahl. Dieser Aufenthaltsort wird bei seinen späteren Taten noch eine gewichtige Rolle spielen. Es wird seine persönliche Höhle des Grauens. Unzählige Kerzen sorgten in dieser Höhle für ein warmes, gelbes Licht. Ein Synonym für seine Stimmung, wenn er sich in dieser Höhle aufhielt. Von nun an verbrachte er hier jede freie Minute. Er sagte jedoch auch, dass dieser wunderschöne Ort in ihm das Verlangen erweckte zu töten. Er bekam insbesondere den Wunsch, junge Knaben zu demütigen und zu töten, denn ihnen war er überlegen. Eineinhalb Jahre lang lockte er immer wieder Jungs in seine Höhle, wo er sie zunächst sexuell belästigte. Doch er ließ sie in diesen eineinhalb Jahren immer wieder laufen, wenn es den Jungs zu viel wurde. Nichtsdestotrotz erhielt er wegen Körperverletzung 1961 mit 15 Jahren seine erste Anzeige, die jedoch nach kurzer Untersuchung des Falles wieder fallen gelassen wurde. Ein fataler Fehler, wie sich wenig später herausstellen wird. Denn im März des nächsten Jahres tötete Bartsch das erste Mal. Sein erstes Opfer hieß Klaus Jung, gerade mal acht Jahre alt. Bartsch trieb sich zu diesem Zeitpunkt wieder einmal auf einer Kirmes in Essen herum, mit dem Vorsatz, sich endlich ausleben zu können. Bartsch führte dem kleinen Klaus unter dem Künstlernamen Berlini Zauberkunststücke vor, die er bei einem Essener Zauberzirkel gelernt hatte. Anschließend wollte er das Kind in seine Höhle locken. Doch Klaus bekam Angst, als er vor der dunklen Höhle stand, woraufhin Bartsch ihn mit dem Knauf einer Gaspistole niederschlug. Anschließend zerrte er das Kind in die Höhle und verwirklichte seine Fantasien. Der Junge wurde nackt ausgezogen und gefesselt. Später sagte Bartsch zu diesem Verbrechen, ich fühlte zum ersten Mal ein ganz besonderes Gefühl in mir, die Angst der Opfer. Während Bartsch mit weichen Knien und Schweißausbrüchen vor dem Jungen stand, erwachte dieser und bekam Panik. Er schrie um sein Leben. Bartsch vergewaltigte das Kind daraufhin, wovon ich euch die Details, wie er dies selbst beschrieb, ersparen möchte. Doch dann kam in ihm der Wunsch zu töten auf. Er sagte dazu, Zunächst muss dieser Mord Jürgen Bartsch befriedigt haben, denn er konnte die nächsten Jahre ohne weitere Morde verleben. Erst vier Jahre später begann sein Wunsch zu morden, erneut intensiver zu werden. Dieses Mal blieb es jedoch nicht bei einem Tötungsfall. Drei weitere Kinder fielen dem grausamen Mörder zum Opfer. Es waren der elfjährige Ulrich Karlweiß, der 13-jährige Rudolf Fuchs und der ebenfalls elfjährige Manfred Grasmann. Als das Polizeiteam später von den Taten erfährt, verschlägt es sogar den hartgesottenen Beamten die Sprache. Jürgen Bartsch berichtete ohne jegliche Emotion von seinen menschlichen Abgründen. Den elf Jahre alten Ulrich Karlweiß trifft Bartsch in einem Bahnhof. Der kleine Junge hatte sich mit dem Zug verfahren und wusste nun nicht mehr, wohin. Bartsch erkannte die Hilflosigkeit des Kindes und sprach den Jungen an. Daraufhin führte er ihn zu seiner Höhle, wo ihn sein trauriges Schicksal ereilte. Die beiden anderen Opfer traf Bartsch ebenfalls auf einer Kirmes. Er gab den Kindern kostenlose Fahrten mit dem Autoscooter aus, kaufte ihnen ein Eis oder eine Zuckerwatte und er kaufte sich somit das Vertrauen der Kinder, wodurch sie ihn in seine Höhle begleiteten. Wenn die Kinder Angst bekamen, schlug er sie bereits vor der Höhle nieder und zerrte sie hinein. Gefasst werden sollte er erst, als er mit seinem nächsten Opfer, dem 14-jährigen Peter Frese, in die Höhle ging. Er hatte dem Jungen versprochen, ihm dort einen Schatz zu zeigen, doch Frese war die Höhle beim Betreten nicht ganz geheuer. So wurde er, wie zuvor die anderen Opfer, getreten, sodass er hinfiel und sich den Kopf anstieß, wodurch er fast ohnmächtig wurde. Danach wurde das Kind von Bartsch gefesselt und erfuhr, was dieser mit ihm vorhatte. Ich werde dich töten. Ganz langsam werde ich dir den Bauch aufschneiden, damit ich dich von innen betrachten kann. Doch kurz darauf ließ Bartsch zunächst von ihm ab, mit den Worten, aber erst in ein paar Stunden, denn ich muss erst nach Hause zum Essen. Peter, der unvorstellbare Todesängste durchlebte, konnte die Schnur, mit der seine Beine gefesselt waren, mithilfe einer Kerze, die in der Höhle brannte, durchtrennen und begann, um sein Leben zu rennen. Bei einem nahegelegenen Haus klingelte er und bat um Hilfe, noch immer an den Händen gefesselt. Die herbeigerufene Polizei wurde von Peter Frese zum Versteck geführt, wo allen ein übler Leichen- und Verwesungsgeruch entgegenschlägt. Der Bunker wird daraufhin von der Polizei komplett auseinandergenommen und durchsucht, wobei sie nach und nach die bereits teilweise verwesten Leichenteile von insgesamt vier Kindern vorfanden. Durch einige Hinweise klingelte die Polizei kurze Zeit später, am 21. Juni 1966, an dem hübschen Haus in der Finkenstraße und verhaftete Bartsch, der zu diesem Zeitpunkt im Bett liegt. Er leistete keinen Widerstand. Bei der Vorführung beim Haftrichter in Mettmann befindet sich vor dem Gerichtsgebäude eine große aufgebrachte Menschenmenge, denn die Vorfälle hatten sich natürlich in der Bevölkerung herumgesprochen. Sie wollten Bartsch am liebsten lünchen. Doch Bartsch erzählte scheinbar gern und bereitwillig von seinen Morden. Bis ins Detail beschrieb er diese. Die Kinder, die er in seine Höhle zerrte, wurden dort zunächst entkleidet und gefesselt und dann auf eine Art Altar gelegt. Ein paar Kerzen brannten. Dann schlachtete er nach eigenen Aussagen die Kinder so, wie er es als Metzger an Tieren gelernt hatte. Mit seinem Schlachtermesser schnitt er den Kindern bei vollem Bewusstsein den Bauch auf, um das Herz schlagen zu sehen. Anschließend wurden die Geschlechtsteile der Kinder entfernt, um sie für seine Zwecke zu nutzen. Die Opfer lebten währenddessen noch immer, bis sie langsam verbluteten. Abschließend wurden die Körper ausgeweidet und die Leichen zerstückelt. Als wäre das alles nicht schon grausam genug, schiebt Bartsch hinterher. Dabei habe ich ständig masturbiert, während mein Messer immer tiefer in die Körper eindrang. Manchen Opfern stach er zusätzlich zuvor die Augen aus. Sie sollten nicht sehen können, was mit ihnen geschah. Bartsch erzählte außerdem, dass er seine Taten oft unterbrach, um nach Hause zu fahren, zum Essen oder um mit den Eltern fernzusehen. Erst als die Eltern dann zu Bett gingen, fuhr Bartsch zurück in seine Höhle und beendete sein Werk. Manchmal holte ich auch die alten Leichen hervor, brachte sie in die Stellung, dass man die kaputten Stellen nicht so sehen konnte. Plötzlich war ich wieder erregt. Ich nahm eine Schaufel und schlug unzählige Male auf die bereits verwesten Körper ein. Immer wieder. Es hat mir ungeheure Freude bereitet. Nach sieben Prozesstagen konnte das Landgericht Wuppertal ein Urteil fällen. Lebenslänglich Zuchthaus. Selbst der Strafverteidiger von Bartsch hielt für ihn kein Plädoyer. Psychologische Gutachten bestätigten die volle Schuldfähigkeit des Angeklagten. Das Zuchthaus in Wuppertal, in dem Bartsch untergebracht wurde, galt als besonders hart. Bartsch wurde von den Mithäftlingen ziemlich abgeschirmt, um ihn vor den Attacken der anderen zu schützen. Doch dadurch fühlte er sich einsam und quälte sich auch mit den Erinnerungen an seine Taten herum. Deshalb hatte er in dieser Zeit etliche Selbstmordversuche, die jedoch alle aufgrund der großen Überwachung im Gefängnis scheiterten. Ein Justizbeamte sagte später dazu, man wollte nicht, dass er sich aus dem Leben stehlen kann. Er sollte die Härte des Strafvollzuges genießen. Doch er bekam in dieser Zeit auch regelmäßig Besuch von seinen Eltern. Noch nie hatte ich ein solch gutes Verhältnis zu meinen Eltern als in dieser Zeit. Doch der Fall war damit noch nicht ganz beendet. Einige Zeit später nahm sich Star-Anwalt Rolf Bossi des Falles an, da die Verhandlungsweise des Landgerichtes Wuppertal immer wieder kritisiert wurde. Der Anwalt erwirkte unter großen Protesten der Bevölkerung ein Revisionsverfahren beim Bundesgerichtshof, wodurch der Fall vor der Jugendkammer im Düsseldorfer Landgericht neu verhandelt wurde. Schließlich war Bartsch zum Zeitpunkt seiner Morde gerade mal zwischen 16 und 20 Jahre alt. Dadurch änderte sich das Urteil für Jürgen Bartsch noch einmal. Statt der verhängten lebenslänglichen Zuchthausstrafe wurde diese nun umgewandelt in eine 10-jährige Jugendstrafe mit anschließender Einweisung in eine psychiatrische Anstalt. Für dieses Urteil wurde Bartsch erneut von insgesamt 36 Gutachtern untersucht, die ihm nun eine verminderte Schuldfähigkeit ausschrieben. In der Psychiatrie heiratete er 1974 noch eine Krankenschwester. Doch Bartsch wollte wieder frei sein und nicht sein Leben lang in dieser Psychiatrie einsitzen. Seine letzte Chance, dies zu erreichen, sei er darin, sich selbst kastrieren zu lassen, obwohl er zuvor einen solchen Eingriff strikt abgelehnt hatte. So entschloss er sich zu einer Operation, die gleichzeitig auch sein Todesurteil war. Im Landeskrankenhaus Eickelborn sollte am 28.04.1976 der relativ kleine Eingriff vorgenommen werden. Doch er sollte diese OP nicht überleben, denn er bekam durch einen Operateur wegen einer Medikamentenverwechslung die 13-fache Überdosis an Narkosemittel, wodurch er schließlich an Kreislaufversagen verstarb. Bloße Unkenntnis des Arztes? Absicht? Die Wahrheit wird man nie erfahren. Jürgen Bartsch wurde in Essen ohne die Angabe eines Namens oder seiner Geburts- und Sterbedaten bestattet. Das war also die traurige Geschichte eines weiteren deutschen Serienmörders. Auch wieder ein Fall, der einen aufgrund der unfassbaren Grausamkeit sprachlos zurücklässt. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn der Inhalt vielleicht manchmal etwas verstörend ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.